1.200 Jahre Tradition und Weltoffenheit prägen Bremen, die Hansestadt an der Weser. Die alte Handelsstadt mit ihrem historischen Zentrum rund um den Marktplatz verströmt das Flair einer jungen Großstadt. Unverwechselbare Wahrzeichen sind die beiden UNESCO-Weltkulturdenkmäler, das prächtige Ratshaus im Stil der Renaissance und die ehrwürdige Figur des Roland. Zum festen Bestandteil jeder Stadterkundungstour gehören auch der Schnor, Bremens ältestes Stadtviertel, die ungewöhnliche Architektur der traditionsreichen Böttcherstraße sowie der Bremer Dom. Die Innenstadt der kurzen Wege macht auch das perfekte Shoppingerlebnis möglich. Neben unzähligen Boutiquen, den großen Mode- und Warenhäusern, gastronomischen Angeboten und ganz viel Kultur finden Städtebummler hier alles, was Spaß macht. Gläserne Passagen, historische Plätze, trendige Themen, tolle Angebote und viele kleine Köstlichkeiten und Sehenswürdigkeiten, die an jeder Ecke warten. Weitere attraktive Städteporträts und hunderte von Ausgehtipps finden Sie auf cityguide.com.